Moin und herzlich willkommen beim Brettspiel-Blog. Ich bin der Flo und möchte mit euch heute mal den Blick auf sechs Kennerspiele werfen, die man auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren sollte. Zum Beispiel haben wir hier Magnate the First City von James Naylor, kommt in Deutsch bei Spielworks raus. Ein Spiel, ein bis fünf Personen, ab zehn Jahren steht drauf, ich würde sagen eher ein bisschen älter vom Alter her, 60 bis 120 Minuten. Was ist es? Es ist ein Immobilienblasenspiel, ja und zwar ein knallhartes. Ich bin super interessiert daran, einfach an einem schönen Städtebauspiel und zwar kommt das her, dass ich natürlich SimCity früher gespielt habe und SimCity 2000 und sehe nämlich die ganze Zeit immer nach guten Spielen, wo ich so eine Stadtplanung, so einen Stadtbau machen kann und in diese Richtung geht ein bisschen hier Magnate, ja. Allerdings nicht so, dass ich dann eine große Struktur aufbauen muss, irgendwie mit Polizeistationen und Feuerwehr und sowas und da irgendwie Strukturen schaffen muss, sondern es setzt erstmal da an, wo ich die Grundstücke erwerbe und die Häuser drauf baue und diese dann einfach möglichst teuer wieder verkaufe. Ich habe mal gehört, dass das jemand quasi mit Monopoly extrem auf Speed abgedreht oder so verglichen hat. Man könnte es ja ahnen, weil wir haben quasi das Geld, ja, und wir kaufen und wir verkaufen, aber es ist natürlich auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Es ist auf jeden Fall ein Kennerspiel, mindestens würde ich sagen und zwar nicht von den Regeln, die gehen und vor allem bei den Regeln gibt es ein sehr geiles Tutorial-System, das ist so auf Karten gedruckt und man kann einfach mit diesem Tutorial-System wirklich die Regeln in einer Partie lernen und das dauert natürlich dann ein bisschen länger, also die Partie selbst, aber natürlich dauert das Regellernen dann einfach nicht so lang und es ist auch viel spaßiger, als wenn jetzt jemand irgendwie erstmal sich hinsetzen muss und zwei Stunden die Regeln durchlesen muss, ja. Also daher, das Tutorial-System ist schon mal großartig. Wir bauen auf Grundstücke, die wir vorher uns ausgespäht haben, wir gucken, wo wir gute Synergien haben, ne. Grundstücke sind natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, also kann ich besser Industrie irgendwo ansiedeln, habe ich besser Wohnviertel, kommt drauf an, was ist da in der Nähe, ist da vielleicht eine Parkanlage oder so etwas, ja. Also da gibt es so Boni, die uns dann nachher dann höheres Einkommen bringen, wenn wir das Ganze wieder verkaufen, beziehungsweise wenn wir die Sachen dann vermieten zwischendurch, ja. Also auch da gibt es dann diese Phase, wo wir Einkommen generieren. Und jetzt kommt der Kniff dabei, warum das ganze Spiel interessant ist. Es spielt sich so lange hoch, bis wir die Immobilienbase haben und es endet damit, dass die Immobilienblase platzt. Und eigentlich kann man sagen, gewonnen hat derjenige, der es gut genug hinbekommen hat, dass er am kurz vorm Ende, nämlich dann, wenn die Preise am höchsten sind, wenn er da alles verkauft. Und diejenigen, die gesagt haben, ich gehe mal ein bisschen auf Sicherheit und sowas, ich verkaufe jetzt lieber schon meine Sachen und dann sagen sie, ja, okay, was mache ich denn jetzt noch? Hm, ja, Immobilienblase ist immer auch da, die Preise steigen irgendwie immer noch, ja, aber ich muss ja auch immer was machen, ja, dann, komm, dann baue ich noch mal was, ne. Ja, und das wird es dann manchmal, das ist dann zu spät, ja, und dann ist es zu gefährlich und in dem Moment haben sie dann gerade ihr großes Gebäude nochmal gebaut und dann ist die Immobilienblase schon geplatzt und die Sachen sind nicht mehr wert. Also daher, das ist schon mit einem sehr, sehr gemeinen Humor drin tatsächlich, ja, könnte man sagen, eine interessante Interaktion zwischen den Spielern auf dem Spielfeld natürlich, ja, was dann da aufgebaut wird. Und das Material, man muss sagen, das ist halt auf jeden Fall optisch so, dass es diese Stadt repräsentiert, das sind halt alles so Plastikhäuser, die man dann da aufbaut. Es gibt sogar als Staatsspieler, mag ja einen richtigen Spielzeugautokran, also das ist schon lustig. Das ist natürlich dann auch, also es ist opulent übertrieben, aber es bringt diese richtige Stimmung auf den Tisch und das macht schon sehr viel Spaß. Also für mich ein Spiel, was man sich auf jeden Fall mal angucken sollte, wenn man irgendwie so an Stadtbau interessiert ist oder dieses Immobilienthema generell mag und es ist auch ein totales, na, wie weit traue ich mich, wie schätze ich den Markt ein. Man sieht das natürlich, das ist jetzt nicht einfach irgendein Wurf, den man nur macht und bei B20, wenn man würfelt, hat man auf der 20 Platz die Immobilienblase und man hat einen Alarm irgendwie dann quasi verloren. Nee, sondern das ist schon an gewissen Parametern hängt man und die sieht man dann auch, aber natürlich ist auch ein bisschen Zufall mit drin, sodass man das Ganze nicht ausrechnen kann dann. Also, Magnet, The First City, für mich auf jeden Fall ein Blick wert und sehr gute Tischpräsenz. Ein Spiel, was auf jeden Fall thematisch schon mal in eine ganz, ganz andere Richtung geht, das ist Discordia und zwar spielt das im Römischen Reich. Das ist von Bernd Eisenstein, ist bei sich in seinem eigenen Verlag Iron Games erschienen und es gibt mittlerweile auch noch eine Erweiterung dazu, die habe ich noch nicht getestet. Das sind ein bis vier Spieler so 70 Minuten ab zwölf Jahre und es ist ein Würfelauswahlspiel, wo wir am Anfang von, wir spielen fünf Jahreszeiten, spielen da verschiedene Runden durch und man würfelt und dann hat man die Auswahl von einem Würfel. Alle anderen können dann auch da aus diesem Würfelwurf sich was aussuchen, aber nehmen den Würfel nicht weg, sondern da können dann mehrere drauf zugreifen. Was mache ich mit diesen Würfeln? Also, ich habe eine Auslage bei mir, meine Stadt mit verschiedenen Gebäuden und da kann ich Würfel zum Teil drauf platzieren. Und was möchte ich machen nun? Ich habe sehr viele Arbeiter und ich kriege vor allem immer noch mehr Arbeiter. Und wo ich mich normalerweise als Eurogamer total darüber freue, dass ich jede Menge Arbeiter bei mir habe, die ich platziere, möchte ich hier diese Arbeiter unterbringen. Und so, dass sie dann nicht mehr bei mir auf dem Tableau sind. Aber es werden immer mehr Arbeiter immer noch. Meine Stadt, die baut sich auf, aber es kommt trotzdem immer mehr. Und das war auch so der Anfang vom Spiel, so wie ich es kennengelernt habe. Wir waren einfach total verwirrt. Also es ist ein Eurogame, wo ich erstmal feststellen musste, okay, bevor ich anfange gegen meine Mitspieler zu spielen und zu gucken, dass ich mit denen den Wettstreit gewinne, muss ich erstmal anfangen, das Spiel zu verstehen wirklich und schon gegen das Spiel anzugehen. Das Spiel endet sofort, wenn jemand all seine Arbeiter abgegeben hat. Und das ist uns aber nie passiert. Das Spiel endet dann auch irgendwann und dann gewinnt derjenige, der noch am wenigsten Männchen hat. Und das ist das, was man halt schafft. Darum wetteifert man. Aber ganz am Anfang ist es uns so häufig passiert, dass wir erstmal viel mehr Leute nachher hatten. Und man fragt, das kann doch gar nicht sein. Wie soll dieses Spiel funktionieren? Und dann merkte man in der zweiten, dritten Partie, ah ja, okay. Okay. Und diesen Kniff, diesen Kniff zwischen einem Würfel-Auswahlmechanismus, den man dann einsetzt, dann diesen, ja immer wieder neue Plättchen mit neuen Sachen in seiner Stadt, eine Hafenanlage und was für die Soldaten und sowas, was man dann sich ausbaut, was man aufwerten kann. Und dann immer wieder der Überlegung, wie kann ich das taktisch nutzen? Das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Das römische Thema hier, das interessiert mich jetzt nicht so doll, muss ich sagen. Aber da gibt es dann auch noch einen Hintergrund dazu. Auch das mit den Fünf-Jahres-Zeiten natürlich, dass man die dann da immer spielt. Aber mechanisch gesehen wirklich interessant und ich freue mich schon sehr darauf, die Erweiterung zu spielen. Die liegt auch hier unten und sie heißt Discordia Magna. Und alle, die jetzt die erste Version hiervon haben, es gibt mittlerweile eine Second Edition, denn die Boards, die es davon gab, die waren früher so, dass man sie sich noch so selbst zusammenkleben musste, glaube ich, mit so kleinen Klebepunkten. Und mittlerweile sind es, wenn ich mich richtig nicht täusche, sind es Double Layer Boards. Also daher, da lohnt sich ein Blick. Und da gibt es so ein Upgrade-Kit, also das heißt, man muss da nicht, wenn man die erste Version hat, muss man nicht die zweite noch komplett kaufen, sondern man kann halt einfach sich diese Upgrade-Kit, glaube ich, zum Beispiel kaufen. Ich habe Bernd Eisenstein zumindest mit seinem Verlag gesehen auf der BerlinCon und da hat er, wenn es mich nicht täuscht, solche Upgrade-Kits dafür dabei. Ja, Discordia, wirklich ein sehr, sehr schickes Spiel. Ativa ist wieder ein Spiel Back to the Roots ein bisschen. Und zwar ein klassisches Arbeiter-Einsatz-Spiel mit Arbeiterfeldern. Und vom Hintergrund, wir sind in Ghana. Uwe hat sich ein bisschen mehr mit Afrika beschäftigt, mit Ghana beschäftigt und mit der Situation mit diesen Flughunden und der, sagen wir, ökologischen Nutzung. Früher war das wohl so, dass die Flughunde eher als, ja, bestenfalls vielleicht als Nahrung angesehen wurden, ja, aber ansonsten irgendwie als störend oder nervig. Und dann hat man festgestellt, dass die Flughunde diese Früchte verdauen und beim Flug dann wieder ausscheiden und dadurch die Samen dann über große Teile des Landes dann abwerfen quasi und dadurch eher eine Aufforstung betreiben und da eine sinnvolle Koexistenz möglich ist. Und das hat er in dieses Spiel reingebracht und das finde ich super spannend und super interessant. Ich habe mich ja lange Zeit ein bisschen mit dem Spiel schwergetan, weil es gibt auch einen Mechanismus, wie man Gold bekommen kann. Und dieser Goldmechanismus, der war nicht uninteressant, ja, der hat sich sehr gelohnt. Aber man muss sagen, der funktioniert eigentlich nur, wenn die anderen Spieler das ignorieren. Ja, also wenn man dann quasi auf eines von diesen Feldern immer wieder draufgehen kann und kann da quasi, ja, immer wieder was abräumen, ganz einfach. Aber das ist ja meistens so, wenn ein Spiel einem die Möglichkeit gibt, verschiedene Wege zu machen und einem auch Felder gibt, die unterschiedlich positiv sind und unterschiedlich wertig sind, ja, in verschiedenen Situationen, dann müssen die Spieler und Spielerinnen natürlich schon von ihrer Verantwortung her auch so geschickt sein und das Spiel dann auch verstehen, dass sie gucken und sehen, ah ja, okay, diese Punkte sind gerade für denjenigen sehr gut, lohnt es sich für mich auch drauf zu gehen oder soll ich vielleicht, hätte ich ein bisschen früher das machen müssen, dann war ich das für die nächste Partie und dementsprechend sind natürlich manche Felder einfach auch ein bisschen besser als andere, ne, darum, sonst wäre es, ja, nicht ganz egal, wo ich draufgehe, ne, aber dann wäre diese Wertigkeit natürlich da nicht so interessant manchmal, um zu belegen, ah, Mensch, mache ich jetzt als erstes mal das, das ist ja bei Agricola auch so, ne, da gibt es dann auch Felder, da kriegt dann irgendwie nur ein Nahrung, weil sich da gerade nichts angesammelt hat und ein anderes Feld, wo sich was angesammelt hat, dann kriegt da vier Nahrung, ja, oder Holz oder Lehm in verschiedenen Zahlen und sowas. Und, ja, das zeichnet das Ganze aus. Ich mag das Spiel sehr gerne, ich finde es interessant, dass es diesen besonderen Hintergrund hat. Uwe Rosenberg hat dazu auch einen Vortrag mal gehalten auf der Spielemesse in Essen, ich glaube 23 war das und er hat ein Buch dazu geschrieben. In dieser Reihe sind auch noch weitere Spiele geplant, ich bin interessiert daran, was da noch kommt, ich habe auch noch nichts dazu gehört, aber Etty war wirklich ein klassisches Uwe Rosenberg-Arbeiter-Einsatz-Spiel, was ich wirklich interessant und spannend finde auf Kennerniveau, wo ich wirklich in diesem Wettstreit um verschiedene Felder dann mit meinen Mitspielerinnen und Mitspielern konkurriere und mir immer wieder überlegen muss, auch so ein bisschen was ist mein B und C Plan, wenn sie diese Felder dann belegen. Ein weiteres klassisches Arbeiter-Einsatz-Spiel von Benjamin Schwer, herausgegeben von Hall Games, ist Djinn. Ist auch ein Kennerspiel und hat natürlich einen ganz anderen Ansatz, Fantasy-Thema. Wir sind glaube ich irgendwie so Mitglieder einer Magierschule und auf einmal sind ganz ganz viele von diesen Djinns bei uns in der Stadt und wir müssen die irgendwie einfangen. Den Hintergrund habe ich ein bisschen vergessen, muss ich sagen. Da könnte man sagen, das Thema stört nicht. Es ist zwar irgendwie da, ich habe irgendwas mit Djinns zu tun, es ist ein schönes Artwork, aber eigentlich ist es interessant deshalb, weil es einen spannenden Aktionsausfallmechanismus hat. Wir haben den Stadtplan, der kann sich immer wieder verändern, weil ich die Aktionsfelder auf diesem Stadtplan verändern kann. Die sind so steckbar. Und ich mag es immer, wenn wir uns zu Aktionsfeldern auch hinbewegen müssen. Anders als jetzt bei Ativa, wo wir halt Aktionsfelder haben, da haben wir keine Reichweite, sondern ich kann einfach meine Arbeiter einsetzen, irgendwo hin. Gibt es ja so Spiele wie zum Beispiel Yokohama oder Istanbul oder Altiplano, wo ich mich erstmal zu einem Feld hinbewegen muss und dann die Aktionen da machen kann. So und hier ist das auch so. Ich habe also immer nur eine gewisse Auswahl von diesen Aktionsfeldern, weil ich mich da durchbewege. Und ich muss auch noch, wenn ich zu einer gewissen Position gehe, muss ich auch noch was zahlen dafür. Es gibt auch noch unterschiedliche, es gibt starke und schwache Aktionen. Und ich kann die auch noch aufwerten, indem ich so Geheimgänge baue an Aktionen. Dann kriege ich noch eine zweite Aktion dazu. Und ansonsten gibt es sehr, sehr viele Ressourcen. Und damit muss ich dann halt meine Werte verbessern. Ich kann dann Flaschen holen und Korken und so einen Gin fangen. Davon gibt es verschiedene Farben auch wieder. Und dann verbessere ich mich. Und das ist das Grundspiel. Und dann kommt noch eine Asymmetrie mit rein durch unterschiedliche Fähigkeiten und auch noch unterschiedliche Fähigkeiten, die ich mir auch im Spiel dazu erwerben kann und so etwas. Das heißt, es ist wirklich einfach ein klassisches Kennerspiel mit einem Aktionsauswahlmechanismus, so wie ich mir das schon immer wieder jedes Jahr wünsche, quasi auch schon seit zehn Jahren. Das heißt, das hätte auch vor zehn Jahren erscheinen können. Und das hätte ich auch nicht schlecht gefunden. Es ist jetzt vor kurzem erschienen und ich finde es trotzdem nicht schlecht. Also daher, die sind für mich ein bisschen zeitlos. Man kann auch sagen, das ist halt ein klassisches, wirklich klassisches Segment. Und das hat in manchen Runden hat das sehr gut Einklang gefunden. Ich fand das schön, einfach mal wieder so ein Spiel zu haben, was mit diesen bekannten Mechanismen zum Teil arbeitet. Grafisch gut umgesetzt, wie gesagt. Das sieht alles ganz schick aus. Und auch die ganzen verschiedenen Ressourcen und auch die Aktionsfäder selbst haben manchmal so einen Glücksmoment. Wenn ich irgendwelche Kisten öffnen kann, einfach dann drehe ich die um und gucke, was ich da für Ressourcen bekomme. Oder auch was Planerisches, wenn ich dann halt auch wirklich mir so Effekte, die mir einen Rundenbonus dauerhaft bringen, hole. Und andere fanden das halt einfach dann so, dass sie gesagt haben, ja, das kenne ich schon. Das finde ich halt jetzt nicht so interessant, weil das habe ich irgendwie alles schon mal vor zig Jahren gespielt. Also daher, da müsst ihr selbst so ein bisschen gucken. Seid ihr ja eher jemand, der so klassische Eurogames, Arbeitereinsatzspiele mögt, dann ist Gin sicherlich etwas für euch. Wenn ihr sagt, das habe ich alles schon vor x Jahren durch und ich möchte was ganz anderes spielen, dann erlebt ihr hier sicherlich nicht so viel Neues. Aber mir hat die Verzahnung gefallen. Ich finde, es ist auch wirklich ein klassisches Kennerspiel. Hier steht drauf, ein bis vier Spieler. Ja, ich habe es zu dritt, zu viert, glaube ich, auch gespielt. Zu zweit weiß ich gar nicht. Solo habe ich es nicht probiert. Da weiß ich gerade nicht, wie es ist. Ab zwölf Jahre, Alter, kann ich nicht einschätzen. Ja, das wird funktionieren, ist schon ein bisschen komplexer mit jemandem, der die Regeln erklärt, ist das dann vielleicht möglich. Also, Gin von Benjamin Speer, erschienen bei Horrorgames. Auf jeden Fall ein Spiel, wenn man solche Spiele mag, das man sich mal anschauen sollte. Kommen wir zu einem Spiel, was ich empfehlen kann, wenn man sich für das Thema begeistern kann. Denn, ja, Crossing Oceans von Max Gerz, erschienen beim PD-Verlag. Ein bis vier Spiele, zwei bis vier Spiele, keine Solo-Wernte, 90 Minuten, ab 14 Jahre. Ich finde, 14 Jahre ist wahrscheinlich auch so ein sinnvollerer Alter für solche Spiele. Wobei es halt immer sehr davon abhängt, natürlich, genauso mit Gin und auch Ativa, wie gut man einfach mit solchen Spielen sozialisiert wurde. Ob man jemand dabei hat, der einem die Regeln erklärt, noch so ein bisschen weiter hilft, dann ist das sicherlich kein Problem, das auch mit 13 zu spielen. Also, auf jeden Fall, aber hier ist das Thema halt Programm. Wir haben ganz interessantes Artwork. Wir spielen so 1870, glaube ich, fangen wir an. Da haben wir so die letzten Segelschiffe, noch so Frachtensegler. Das kommt jetzt ja mittlerweile immer wieder so auf. Also, so Segelschiffe, die keine Emissionen verursachen. Weil hier sind wir genau das Gegenteil natürlich. Also, politisch muss man sagen, wäre das jetzt hier ökologisch gesehen wahrscheinlich total uninteressant. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich einfach die Zeit. Und es gibt die Ozeandampfer. Und es ist eine geschichtliche Entwicklung, dass diese Ozeanriesen immer mehr die Weltmeere erobert haben. Und das ist hier sehr, sehr spannend. Wir können uns, wir sind Räder, wir können uns immer weiter aufbauen. Und wir sind immer interessiert an den neuen Schiffen. Ja, das fand ich sehr spannend. Die sind ganz nett illustriert. Und da steht dann auch mal was dazu, zu dem Schiff. Und wir wissen halt, wie teuer es ist. Und was ist der Frachtraum, den es hat. Und natürlich werden die immer größer, die Schiffe. Und sie brauchen dann Kohle, um zu fahren. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nie genug Geld. Die haben immer ein Geldproblem. Und immer kommen oben im Schiffsmarkt quasi Schiffe, die mich mehr interessieren als meine Schiffe. Aber die kann ich mir natürlich nicht leisten. Also habe ich schon mal ein klassisches Motiv. Ich möchte natürlich Geld verdienen, um mir die besseren Schiffe zu kaufen. Um damit dann wieder Aufträge zu erledigen, Fahrten zu machen, mit denen ich halt wieder mehr Geld reinkriege. Weil ich natürlich einfach größere Mengen verschiffen kann. Wir haben eine große Landkarte, eine große Weltkarte. Das sieht auch ganz gut aus. Ja, das ist ganz interessant gemacht. Und da mit diesen Schiffen drauf und den Markern, das ist von der Illustration her, finde ich, sehr stimmungsvoll. Gerade wenn man sich, wie gesagt, für dieses Thema begeistern kann. Das Spiel kann aber auch noch was anderes. Und zwar hat es mechanisch noch ein Rondell, ein Aktionsrondell zur Auswahl, wo ich dann auswähle, ob sich meine Schiffe dann, ne, ob die halt chartern, ob ich ein Schiff kaufen kann. Da habe ich verschiedene Aktionen zur Auswahl und kann aber auch nicht auf jedes von diesen Feldern. Das ist dann auch noch ein bisschen regelabhängig. Also daher, das ist nicht so komplex, würde ich sagen. Da würde ich Jhin und Ativa schon eine Stufe schwieriger einordnen. Dann ist es auf jeden Fall aber auch ein Kennerspiel. Da würde ich sagen, vielleicht hier so, ja, normales Kennerspiel, Einstiegskennerspiel. Und Jhin und Ativa dann schon eher so mittleres Kennerspiel bis so gehobenes Kennerspiel. So von der Komplexität her, vom Verständnis her. Hier hat man jetzt auch nicht ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo man rangeht. Also wir haben alle ungefähr dasselbe vor. Aber wir wählen unsere Aktionen natürlich ein bisschen anders. Vielleicht sind da auch noch mehr Aktionen möglich. Das kann sein. Also verschiedene Strategien auch noch möglich. Dafür habe ich es leider nicht häufig genug auf dem Tisch gehabt. Aber wie gesagt, von der Illustration her, ganz interessant. Wenn man sich für das Thema begeistert, bekommt man hier sicherlich was geboten. Und von der Mechanik mit diesem Aktionsauswahlrundell auch eine spannende Geschichte. Ja, Crossing Oceans von Max MacGertz. Nicht Max MacGertz. So und zu guter Letzt nochmal ein sehr morbides Thema natürlich. Abomination Frankensteins Vermächtnis von Dan Blanchett. Das ist bei Korax erschienen hier in Deutschland. Ab 14 Jahren auch 2-4 Spieler und Spielerinnen und 90-120 Minuten zur Spielzeit. Und hier bauen wir Frankensteins Partnerin, könnte man sagen, auf einem Spiel. Es sind auch Arbeiter-Einsatzfelder. Und wir haben zwei unterschiedliche Arbeiterklassen. Und an diesen Einsatzfeldern können wir auch unterschiedlich machen. Je nachdem, ob wir nun gehilfen haben oder den Professor quasi, den Lehrenden. Und wir haben verschiedene Räder, in denen unsere Werte eingestellt werden. Das ist dann so etwas wie Menschlichkeit natürlich, aber auch Wissen. Und wir müssen, ja so makabres Ding, wir müssen Körperteile besorgen erstmal. Das ist so das erste Projekt, denn Frankenstein setzt sich halt irgendwie aus Körperteilen zusammen. Beziehungsweise jetzt hier seine Partnerin, die wir da erschaffen wollen. Das heißt, wir brauchen Blut, wir brauchen Sehnen, wir brauchen Muskeln. Und dann sammeln wir das Ganze ein. Und je nachdem, wo wir es einsammeln, ist die, sagen wir mal, Verfügbarkeit gegeben von manchen Sachen. Und die Neuigkeit. Also nicht die Neuigkeit, sondern so ein bisschen das, naja, so wie frisch es halt ist. Das heißt, wenn ich auf dem Friedhof tief grabe, dann kriege ich halt sehr viel Knochen. Und wahrscheinlich, ja, andere Sachen nicht so gut oder nicht in guter Qualität. Und wenn ich natürlich aber beim Krankenhaus stehe, hinten bei der Leichenausgabe quasi und da die Leute irgendwie kenne. Oder noch schlimmer, ich stehe einfach neben dem Henker und packe dem meine Münze zu. Und kann dann quasi mir den Erhängten dann vom Schafott daneben. Ne, er hängt nicht vom Schafott, sondern den Erhängten vom Galgen. Ich glaube, ein Schafott ist das nicht. Ich glaube, das ist ein Galgen hier. Oder noch schlimmer, ich kann in die dunkle Gasse gehen und jemanden selbst um die Ecke bringen. Also ihr merkt schon, das ist ein sehr, sehr böser Humor hier, der da mitspielt. Aber es ist ja nur ein Spiel, ne. Also natürlich hier, keiner findet irgendwie Leichenschönung gut oder würde irgendwie solche Sachen schlimmen Taten durchgehen. Sondern es ist einfach ein Humor mit einem, ein dunkler Humor, der hier betrieben wird. Und das Ganze noch eingepackt, ab und zu noch so in Geschichten rein, die einen dann auch als Wissenschaftler in verschiedene Richtungen bringen kann. Auch so kleine Aufträge, die man dann erfüllen kann und dafür dann wieder Boni bekommt. Und vor allem, ab und zu so Story-Geschichten, die auch eingepflegt werden. Das heißt, man hat so ein bisschen so Nummern, die immer wieder mal kommen, so kleine Ereignisse. Und dann wird auch manchmal was vorgelesen und dann bringt das Stimmung rein. Und das ist auch das Spiel, davon lebt es. Also mechanisch ist das in Ordnung. Vor allem haben wir diesen ganzen Körperteil, dann haben wir noch so ein bisschen so ein Push-Wure-Lack-Mechanismus, wo wir dann auch noch Energie reinfließen lassen müssen. Und dann den ganzen Körper noch beleben. Und, ach, um Gott, das klingt alles sehr, sehr erschreckend, was man da alles macht. Aber man erschafft ja quasi auch so ein Wesen. Und auf der anderen Seite lebt das Spiel eher von seiner Stimmung, würde ich sagen. Also mechanisch ist das in Ordnung. Aber das ist so ein Spiel, was wirklich eher mit diesem dunklen Humor, mit der Geschichte und diesen ganzen makaberen Szenen, die man da auf dem Spielfeld davon einfach dann lebt. Und ja, sowas muss man mögen. Und dann macht das schon Spaß quasi, wie so ein Spiel dann halt Spaß machen kann. Ja, das ist ja kein ernstes Thema, das ist kein Kriegsspiel oder so etwas, sondern das ist eher so eine Art Nonsensspiel natürlich, was man in die Richtung geht. Aber was dann auch schon zur Sache geht, dementsprechend auf jeden Fall ein Kennerspiel und auch zu einem harten Wettstreit manchmal darum geht, wer welche Felder wegnehmen kann. Man guckt dann immer so ein bisschen auf, was braucht der andere noch. Und wo arbeitet er gerade? Man braucht halt zwei Arme, den Torso, zwei Beine. Und dafür braucht man eine gewisse Menge natürlich an Körperteilen und gewisse Menge, äh nicht Körperteilen, gewisse Menge an Blut zum Beispiel und Knochen und so weiter. Und da weiß man dann auch schon, ah ja, da wird er wahrscheinlich gerade hingehen oder derjenige muss noch mehr Wissen erlangen. Und so kann man das dann einschätzen. Ja, soweit meine Vorstellung von Kennerspielen. Sechs Stück, die man auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren sollte. Es gibt so unglaublich viele Spiele. Und man muss sich mal so ein bisschen überlegen, was interessiert mich mechanisch? Worauf habe ich Bock? Möchte ich eine hohe Interaktion haben? Reicht es mir, wenn bei den ganzen vielen Spielen hier, wenn ich halt einfach nur eine Interaktion habe, weil mir Felder blockiert werden? Oder möchte ich noch viel stärker Interaktion reingehen? Möchte ich den anderen auch was kaputt machen? Was wegnehmen? Sie massiv stören oder so? Wie sieht es aus mit dem Thema? Bin ich eher am römischen Reich interessiert? Interessiert mich eher hier Frankensteins Geschichte oder die Geschichte der Ozeanriesen? Da gibt es so eine riesige Auswahl. Man muss sich einfach immer wieder überlegen, was macht mich mechanisch an? Was interessiert mich vom Spielniveau, von der Komplexität? Und ja, sollte das Thema auch noch mich irgendwie interessieren? Und dann gibt es dann sicherlich auch das ein oder andere Spiel, was für euch was Gutes ist. Vielleicht ist das hier was Gutes gewesen? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auch vor allem, wenn ihr natürlich was hier von gespielt habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Euer Flo. Ciao. 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 Ciao.